Was geht ab, Zockerinos? Ja, es geht wieder los. Wir haben wieder ein weiteres COD-Video. Ich meine, wir haben einmal Warzone-Spezial-Modus gehabt, dann Feuergefecht. Ich hab's schon wieder vertauscht, ich merk's dann. Dann wieder einen normalen Warzone-Modus. Und jetzt habt ihr's am Titel schon erkannt. Wir versuchen jetzt die Runde 50 in... Call of Duty Black Ops Cold War. Aber mit Zombies! Ja, das heißt, wir spielen eine Runde Zombie-Modus und... Als ob dreieinhalb Stunden Rohmaterial runterzukutten nicht schon Arbeit genug ist. Nein, muss ich noch mit diesem schönen Hintergrund hier spielen und Webcam. Ach, ich liebe es, wenn man... Wie sagt man so schön? Doof, halt muss irgendwo bestraft werden. Und ich werde bestraft. Aber ihr habt jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Dann können wir loslegen. 10% vorausgeladen. 20, 25, 24, 23. Schön, er kann Zahlen vorlesen, ist das nicht was Tolles? Kann bis 100 zählen. Und dann krieg ich immer ein Schokoladier. Was ist das für ein paar Leute? Mein Beinheit. Es wird so eine Katastrophe, ich seh's schon wieder. Ach, Runde 50, Bruder. Geschwind. Mach die Fresse nicht zu weit auf, die Karma-Shirt. Sie wird kommen. Ja, aber die Frage für wen? Ja, in den meisten Fällen bist du das Opfer. Ja, Peckluck. Peckluck. Ja gut, dann haben wir schon verloren. Nee, ist ja eine FIFA. Wie lauten die Befehle, Weaver? Ja, typisch, der Philipp fährt. Man merkt schon, sieht asozialen Fahrstuhl. Mein Team hat das drauf erreicht. Schnauze. Will gar nichts hören. Willkommen in Wirtland. Jo, der ist umgefallen. Komm. Komm. Er ist weg. Na komm. Bordtripper. Hopp. Hopp. Er hat's geschafft. Spatz. Bisher glaube ich, dass du das rausstimmst. Nein, ich war das nicht. Ich weiß es nicht, ich bin bei Treffers gelaatscht. Wie ist das, sage ich doch, der Spatz war das. Nur mit Loops habe ich's jetzt zu tun. Der hat halt gedacht so, 400 Punkte sind halt viel. Aber vollkommen. Du bist ganz schön fies, kann das sein? Alter, was machst du denn? Der Ekelhafte, der hat seine Leber geworfen oder sowas. Dann weiß der andere, die brauchen eine Organspende und der schmeißt damit rum. Was für ein Spinner. Der war halt Alkoholiker, die sind hier bei den Asiaten. Die versaufen so viel Sake, dass die Leber nicht mehr da ist. Ah, ich sehe es schon. Hier mit diesem Kung-Fu-Hand. Alter, das ist voll der Klischee-Zombie. Ja. Doppelte, Pünkte. Oh, ab, Spatz, in meine. Bleh. Also Tim, du bist immer noch arm. Gell, lieber Arm dran, die Arm ab. Könntest du ein ekliger Zombie-Witz sein. Komm her, du Peking-Anton. Warte, au. So, man kriegt nicht mal mehr Rücken von seinen Freunden. So ist das. 44 Runden noch. Also auch 44 Mal das Kunststück. Malz. Malz. Meins, 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 meins. Weg, tschüss Peking-Ente. Tschüss. Tschüss, Laufab. Tschüss, Laufab. Ich messer dich. Ich mach die Schmesser. Ich mach die Schmesser. Jungs, riecht dir das? Ja, riecht nach Angst, tschüss. Spiel's so. Oh, aber die Aufsätze sind kackig. Aber du bestimmt nicht, dass ich da umgehen kannst. Du bist hier auf einer AK? Ja klar, ist das mal geil, bist du auf einer AK? Nein, das ist mega geil, das spiel ich in Multitale. Da hast du doch lieber was von Quickscoping gehört. XM4. Hey komm, letztens hast du nur LMGs bekommen. Jetzt kriegst du XM4, jetzt war was anderes. Ach ja, als ob nicht schon so viel schief gelaufen ist. Und ich kann euch sagen, es wird noch lustiger. Und Runde 50 sehe ich dann so ein bisschen in Gefahr. Jeder. Einen Kerben. Okay, ist es. Ja. Was soll ich das? Witze. Ich bin doch schon oben. Das stimmt. Ey du Loop, Alter, was hast du denn für eine Übersicht? Oh fuck, fuck, fuck. Nein! War das schlecht. Hoch mit dir. Danke, Granate. Mann, war das schlecht. Karma schlägt zu. Toll, ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich bin so lost in dem Game. Also wirklich, geht gar nicht von dir. Junge, ich verlaufe mich jedes Mal, das ist so traurig. Meine Lehrerin, da ist meine Lehrerin. Was ist das denn? Ach der da. Der hässliche. Spät. Spät? Hab ich irgendwas verpasst? Äh, ich bin eingeengt. Ich bin eingeengt. Fuck, 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 fuck. Das ist wirklich scheiße. Ich bin auch eingeengt. Oh, ich bin rausgekommen. Ey, die Schenke! Nein! Okay. Ja. Das war ne Schaue Idee. Hauptsache der ist Spatt. Ich hol ihn. Komm, Spatt. Bleib liegen. Wenn du bewegst dich jetzt. Ey Jungs, Spielstock. Ah! Scheiße! Warum? Warum? Ich hasse das! Mann! Weißt du, da leuchtet etwas blau, ich lauf dahin und dann ist das alles. Du bist einfach so ein hessischer Fraggle. Wieder. Hä? Okay. Ich hab einen goldenen bekommen. Was hab ich denn bekommen? No! Willst du mich verarschen? Ne Cornfläger. Ey, ich hab einfach ne Waffenkopie von mir bekommen, ne? Ich hab einfach ne Waffenkopie von mir bekommen. Okay, stopp, stopp, stopp jetzt. Also, ich möchte euch nur mal jetzt sagen. Mein Videospielglück ist wirklich immer am niedrigsten Punkt. Das ist so ein Beweis hoch 20 dafür. Ich krieg dieselbe Waffe, die den selben Munitionstyp hat. Das heißt also, ich schieß mich ständig leer. Und, ja, ein anderer Kollege, alter Philipp in dem Fall. Sei gegrüßt an der Stelle, du Drecksack. Wir hatten einfach Glück hoch 20. Ne doppelte Punkte. Und maximale Munition. Nein. Und ne goldene Waffe. Was? Der hohen Kobalt hat sie. Ne, da geh ich. Tschüss. Es ist nicht dein Ernst. Es ist einfach nicht dein Ernst. Es ist so ungerecht. Ich sag dir, bei diesem Spiel hab ich einfach das Glück. Es ist ungerecht as fuck, man. Ach, hatte ich eigentlich vergessen zu erwähnen, dass ich eigentlich immer viel Pech hab. Und andere viel Glück. Dann zugejoint. Ne, M16 im Legendär? Ja, die hab ich halt abgedoppt. Was? Hast du noch eine bekommen? Was? Ist das wahr? Nimm du. Nimm du ruhig. Ich gönn dir. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Ruhrpark anwesend? Und dein Ernst? Oh Gott, ist da hinten. Ja, ist ein bisschen klein. Ja, es ist dein Ernst. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ach, Jungs. Soll ich euch mal was sagen? Im letzten Moment hab ich echt noch gedacht so, hm, das Spiel will mich trollen. Das waren 2000 Punkte. Das waren 2000 Punkte. Einfach für nichts. Ja. Ja, komm. Ja, es ist... Ich raste mich aus. Ich raste mich aus. Das ist meine schlechteste Runde. Oh, lass mal gleich mit dem Zombie leben. Ich muss mir ein paar Sachen nachkaufen. Oh, komm her, du Peking-Handteil. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich richtig angepisst. Komm. Wo ist der Nächste? Kommt! Hä, hier. C4. Oh, hat's bumm gemacht. Ihr Arschgeigen. Komm, wo ist der Nächste? So. Headshot. Weg. So, komm. Wer will noch Instagram? Du? Oh, weg. Oh, weg. Och, nein. Jetzt erzähl ich... Ich, ich. Ich. Ich war voll in Rache. Knallt alles ab. Abmacht. Ja. Halt bitte einen zurück. Halt die Schnauze einfach. Lass mich in Ruhe. Ja, und dann nach den absoluten Nerveskapaden... Ach, ist es endlich wieder gelungen. Ich hatte auch mal Glück. Wow. Halt die Fresse. Geil, Alter. Seien bitte. Ich bin jetzt der Boss. Ja, das ist nicht das richtige Spiel- und Spielcharakter. Ich bin der Boss, Junge. Ich bin der Boss. Komm. Komm. Komm, wo ist der Nächste? Komm, du armes Hündchen. Mach Sitz. Komm. Ach, wo ist der Nächste, hä? Dein feurigen Schiss. Spann. Ja, komm. Hörst du die Karma-Schelle? Ja, komm, komm. Hörst du die Karma-Schelle? Ja, komm, komm. Mach dir das voll so weit auf. Sollte kommen, Alter. Ja. Schlag dir ins Gesicht. Komm, wo ist der Nächste, hä? Komm, komm, komm. Ne? Die Karma-Schelle bringt nur was, wenn du nicht die höhere Macht bist. Und wer die beste Waffe hat, der ist die höhere Macht. Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich bin... Ja, guck. Die Zombies kommen. Sie werden immer stärker. Wait, 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 wait. Nope. Mich hört keiner. Hier, habt ihr was zum Spielen? Und... Ihr habt doch nicht was von Corona gehört, ne? Mindestabstand, Jungs. Jetzt habt ihr was davon. Nein! Hättet ihr nicht warten können. Jetzt reicht's. Jetzt hol ich auch mal einen Heli! Spürt die maximalen Gewaltstufe! Jihaaa! Habt ihr gehört? Ihr kriegt doch noch einen Bonus von mir! Jaaaa! Komm! Tentakelvieh! Es ist weg! Lass es uns regnen! Hier ist noch ein Tentakel. Ich schieße! Ich schieße! Ja, das habt ihr jetzt davon, Mann! Was? Na komm! Komm! Putt, 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 putt! Komm! Oh, ist das süß! Komm! Oh! Uh! Uh! Oh, komm! Tim? Ja? Ich sag mal jetzt nicht, dass er mich eingesperrt hat! Hahahaha! Ein Zombie! Ja! Er sperrt dich halt ein! Ja! Weil ich in dem Flügel hinkomme nicht mit! Hahahaha! Egal! Klappt doch, oder? Eine Ewigkeit später! Und er ist weg! Und er ist weg! Ja, Mann! 50 erreicht! Das ist schon mal geil! Jetzt müssen wir das nur noch packen! Letzte Runde! Fight! Oh, weiß was! Komm! Weil Runde 50 ist! Happy Birthday! Kaum noch Brandfahrt! Das Kittische! Na komm! Komm! Er ist weg! Toast IPB! Weg! 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 Alle weg! Junge, Junge! Der nächste Zukunft! Ja. Okay, kann jemand? Danke. Ja. Ja, Schick-Chack-Schong, Alter. Chinese-Platon. Weg! Ja, Mann! Da kann man mal klatschen. Yeah! Ja, bis Runde 50 haben wir es jetzt geschafft. Aber auch Helden fallen irgendwann mal. Und welche Runde ist das genau? Was seht ihr jetzt? Nein! Alter! Aber 54 Runden, Alter. Ist schon krass. Boah, 1200 Headshots, fast 3000 Kills. Oder Runde 54. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne das kostenlose Abo dalassen. Dann diese Like-Dislike-Scheiße. Man kennt es ja. Wenn es gefallen hat, liken. Wenn Disliken, dann nicht. Ich sage dann jetzt noch Tschüss. Bis dann. Und habt noch viel Spaß beim Zocken. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020